Hallo Kinder, hier ist der Postybär. Ich habe heute wieder ein paar Übungen für euch. Seid ihr bereit? So liebe Kinder, das ist jetzt die letzte Sporteinheit mit dem Postybär und mir. Wir bedanken uns für eure rege Teilnahme und wir freuen uns, euch bald in den Hallen begrüßen zu dürfen. Wir starten jetzt mit den Übungen. So, unsere nächste Übung heißt Reise um die Welt. Okay, was brauchen wir? Wir können ein Ball nehmen, ein Tennisball, ein paar Socken. Wichtig ist der Untergrund, eine Isomatte oder ein Handtuch. Das soll ich am Rücken nicht weh tun. Als erstes legen wir uns mit dem Rücken auf unsere Isomatte oder das Handtuch. Den Ball packen wir erstmal in die erste Hand. Wir strecken jetzt unser Bein nach oben und wir fangen an von oben, also so weit wie eure Hand ist, also so lang wie eure Hand ist. Bei mir wäre es jetzt fast am Schuh. Fangt ihr an, den Ball nach unten um euch bis am Oberschenkel, also Richtung Po, um das Bein zu weckeln. So, fällt der Ball runter, ist es nicht so schlimm. Das war jetzt der Testversuch. Wir machen jetzt drei Wiederholungen mit dem ersten Arm und dann drei mit den anderen. Also, erstmal nach oben und eins. Wieder von vorn und noch einmal. So, den Ball in die anderen, wieder nach oben und nach unten. Wieder nach oben und nach unten. Jetzt, wieder nach oben und nach unten. So, kurz ausschütteln. Jetzt erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Wir setzen uns hin auf die Isomatte. Winkeln unsere Beine an, sodass unsere Fußspitzen auf dem Boden sind. Macht die Beine erstmal zusammen, den Ball wieder in die erste Hand und ihr macht durch die Lücke. Also, ihr kreist erstmal nur durch die Lücke. Zwischen und mit den Beinen. Dann machen wir jetzt zehn Wiederholungen mit der ersten Hand und danach zehn mit der zweiten. Ab jetzt. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So, wir machen gleich weiter. Beine in die andere Hand. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beine in die Mitte. Kurz ausschütteln. So. Der höchste Schwierigkeitsgrad bei der Übung ist jetzt, eure Beine müssen in der Luft sein. Der Oberkörper ist angespannt, also dass ihr so eine leichte Waage habt. Den Bein in die erste Hand und wir wickeln ihn jetzt an unseren Oberkörper gerangt und dabei gehen wir nach vorn und wieder zurück. Also ich mache es kurz vor. Bein in die rechte Hand. Bein. Und eins. Zwei. Bein. Jetzt machen wir zehn Wiederholungen mit der ersten Hand und dann zehn mit der zweiten. Also. Hundposition. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Bein in die Mitte. Kurz ausschütteln. Ich hoffe, die Übung hat euch gefallen. Wir sehen uns zur nächsten. So. Unsere nächste Übung heißt schnelle Finger. Was brauchen wir? Einen Ball. Also ihr könnt jetzt wieder Fußball, Volleyball, Basketball oder ein Handball nehmen. Das ist egal. Wir fangen an. Den Ball in die erste Hand. Und ihr werft den Ball jetzt, also eure Hände sind am Anfang schon schulterbreit. Ja. Also so. Schulterbreit. Weil die erste Hand, die werft ihr in den Kasten mal nur rüber. Und fangt die mit einer Hand. Das ist erst mal nur zum Wagen werden. Davon machen wir jetzt zehn mit der ersten Hand und zehn mit der zweiten Hand. Bist du bereit, Kosti? Dann zählen wir ab jetzt. Zehn. Runter. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So. Kurz ausschütteln. Den Ball in die andere Hand. Nochmal von zehn nach unten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. So. Ausschütteln. Jetzt wollen wir den Ball mit unseren Fingerspitzen, also es muss so ein Trommelton, müsst ihr hören können. Wir wollen ihr jetzt nur mit den Fingerspitzen immer berühren. Also so ganz kurz. Ja, ganz langsam. Fällt er euch jetzt runter, ist nicht so schlimm. Übung macht ihr Meister. Die drücke ich nochmal hoch in die erste Hand und tippet ganz kurz. Erstmal ganz kurz zum Baum, ja. Das machen wir jetzt noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So. Jetzt können wir das gleiche auch noch schneller machen. Für alle, die es so einfach war, macht es jetzt mal ein bisschen schneller. Also wer möchte, schneller. Wer es noch nicht kann, macht wieder langsam kein Problem. Jetzt fangen wir wieder an. Und ab jetzt 20 Sekunden. Kommt ihr aus dem Rückenmuskli, ist nicht so schlimm. Nochmal einpegeln und dann wieder zurück. Also ab jetzt 10. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So. Ich hoffe, die Übung hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns zur nächsten. So. Unsere nächste Übung heißt Äpfelpflücken. Bosti, du gehst ein Stück nach vorn. Genau. Als erstes. Wir stehen gerade. Brust raus. Bauch rein. Die Beine sind schulterbreit. Als erstes. Die Hände nach vorn. So. Wir gehen tief in die Kniebeuge. Tief in die Kniebeuge. So weit runter wie ihr kommt. Halten uns drei Sekunden. Drei. Zwei. Eins. Kommen hoch. Wenn wir jetzt hochkommen, strecken wir unsere Arme aus. Stellen uns auf die Zehenspitzen und pflücken die Äpfel oben im Bauch. So. Wenn ihr das gleiche nicht verliert, nicht so schlimm. Nochmal. Hoch. Äpfel pflücken. Wir halten kurz. Drei. Zwei. Eins. Schütteln uns aus. Und das gleiche nochmal. Brust raus. Bauch rein. Füße schulterbreit. Arme nach vorn. Und wir gehen tief runter. Tief runter. Halten uns. Drei. Zwei. Eins. Kommen langsam hoch. Strecken unsere Arme aus. Gehen auf die Zehenspitzen. Und pflücken die Äpfel im Bauch. Drei. Zwei. Eins. Und wir schütteln uns aus. Das macht ihr jetzt bitte noch einmal. Ich hoffe, die Übung hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns zum nächsten. So. Unsere Übung heißt, ich sehe nichts. Was brauchen wir? Also ihr könnt euch die beliebigen Artikel nehmen. Wir nehmen jetzt den Ball. Das ist ein bisschen schwerer. Den packt ihr erstmal auf den Boden vor euch. Jetzt ist die Grundposition. Wir stehen erstmal schulterbreit. Ja. Als Test. Füße schulterbreit. Arme an euch. Und ihr macht jetzt nur kurz die Augen zu. So. Ihr habt alle die Augen zu. Jetzt. Macht ihr den einen Fuß. Oder alle beiden Füße ein Stück zusammen. Okay. Jetzt heben wir das erste Knie nach oben. Und balancieren. Mit unseren Armen. Wer es jetzt nicht schafft. Auseinander. Also die Arme auseinander. Und ihr balanciert euch aus. Also nochmal. Füße ein Stück zusammen. Augen zu. Das ist ganz wichtig. Und den rechten Fuß hoch. Wir halten das noch. Drei. Zwei. Eins. Schütteln es aus. Jetzt nehmen wir den linken. Bereit. Also Augen zu. Und Fuß hoch. Wenn ihr absetzen müsst. Nicht so schlimm. Augen aufmachen. Noch mal Grundposition. Haltet euch dann. Und stellt euch auf einen Fuß hoch. Drei. Zwei. Eins. Aufschütteln. Jetzt. Für alle diejenigen, für die es zu leicht war. Ihr nehmt jetzt den Ball vor euch. Füße sind erstmal wieder schulterbreit. Füße sind erstmal wieder schulterbreit. Ihr macht jetzt nur erstmal die Augen zu. So. Kurz halten. Hinten. Augen wieder auf. Füße beide zusammen. Jetzt. Beide nach vorn. Augen zu. Und den ersten Fuß nach oben. Balanciert euch ruhig aus. Wir halten das jetzt. Drei. Zwei. Eins. Aufschütteln. Ist ein bisschen schwerer jetzt. Den anderen Fuß. Also nochmal. Augen zu. Beide nach vorn. Und den anderen Fuß nach oben. Also müsst ihr nicht ganz hoch nehmen. Reicht auch kurz über den Boden. Wichtig ist halt, dass wir die Balance halten. Ab jetzt. Drei. Zwei. Eins. Und aufschütteln. So. Ich hoffe die Übung hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns zur nächsten. So liebe Kinder. Unsere nächste Übung heißt der spektakuläre Pass. Was brauchen wir? Ein Papierkopf. Und zwei Vorsacken. Ihr bestellt eurem Papierkopf erstmal wieder gute zwei Schritte von euch weg. Nehmt jetzt euer paar Socken in die erste Hand. Entweder macht ihr einen Behind the Back Pass. Also ihr nehmt Paul zum Beispiel jetzt in die erste Hand. Hintern rücken. Und es sollte immer ein Papierkopf fallen. Wählt ihr diese Variante. Drei Versuche. Ja. Die nächste Variante ist. Ihr stellt euch Schulterbreit hin. Der Sockenpaar in beide Hände. Und der Ziel rückwärts. Wäre Variante zwei. Variante drei. Wir nehmen das Paar Socken in die erste Hand. Und spielt zwischen eurem Bein. Und geht dabei in die Hocker. Also runter und hoch. Wäre Variante drei. Variante vier. Wir nehmen das Paar Socken in die erste Hand. Stellen wir uns seitlich. Heben ein Bein hoch. Und werfen uns runter durch. Erlebt am besten die Variante. Von dem vier. Wo ihr euch sicher fühlt. Und treffen könnt. Dann machen wir jetzt drei Versuche. Danach wechselt ihr wieder die Hand. Posti, hast du dir eine Variante überlegt? Sehr gut. Dann probier dich mal aus. Ja, fast. Du nimmst natürlich auch das Schwerste. So, Variante eins hat jetzt nicht geklappt. Möchtest du noch eine zweite Posti? Dann such dir mal die zweite Variante aus. Na, fast. Das ist schon ein bisschen leichter. Schauen wir nach. So. Variante zwei bei Posti hat auch nicht geklappt. Möchtest du noch einen Versuch machen? Nicht? Okay. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, liebe Kinder. Ihr probiert euch einfach mal durch. Guckt, was euch am besten liegt. Ich würde vorschlagen, probiert alles mal aus. Guckt, ob es passt. Wenn es nicht beim ersten Mal hier lebt, ist es nicht so schlimm. Wir wollten es ja üben. So. Posti, für uns ist die Arbeit getan. Ihr macht noch fleißig eure spektakulären Pässe. Posti, als Abschluss kriegst du den Ball jetzt in die Socken. Du darfst in unseren Papierkopf den Ball rein tanken. Ja, Posti? Danke. Mit Anlauf hoch springen und rein. Sehr gut. Ich hoffe, die Übung hat euch gefallen, liebe Kinder. Probiert euch aus und wir sehen uns zur nächsten. So, unsere nächste Übung heißt Namenschreiben. Was brauchen wir dafür? Eine Isomatte oder ein Handtuch. Ihr setzt euch jetzt erstmal auf eure Isomatte oder das Handtuch. Stützt euch mit den Händen, die hinter eurer Schulter sind, ab, sodass euer Gesäß in der Luft ist. Als nächstes könnt ihr euch selbst ein Bein aussuchen, mit dem ihr anfangt. Posti sucht sich jetzt erstmal ein Bein aus, streckt es kurz in die Luft. Okay, wenn wir jetzt Go sagen, schreibt ihr bitte alle euren Namen mit dem ersten Fuß in der Luft. Seid ihr fertig? Kommt ihr runter, schüttelt euch kurz aus und wechselt den Fuß. Posti, bist du bereit? Dann Go! So, Posti ist fertig. Einmal kurz ausschütteln. Wir fangen wieder an. Abstützen, Gesäß nach oben. Jetzt nehmen wir das andere Bein in die Luft und fangen an unsere Namen zu schreiben. Und Go! So, ausschütteln. Ich hoffe, die Übung hat euch Spaß gemacht. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!